Moin Leute, was geht? Ich bin wieder live, deswegen kommt gerne rein. Link zum Stream mit Beschreibung und wir machen zum Start bisschen Community Games und ja, mal schauen vielleicht noch ein bisschen Arena mitzuschauen heute. Ich wollte eigentlich noch den Modus hier spielen, den Gold-Modus, aber haben wir eh noch Zeit, da bleibt natürlich immer noch eine Woche drin und ja, deswegen, wenn ihr mitmachen wollt, kommt rein und ich sage, bis gleich.